jetzt gibt es hier vielleicht die chance schießt ein rein da ist der top dem muss er hier machen super tor er macht das ding mit einem flugkopfball und den dort unter treffer schauen wir uns hier noch einmal da zeigt er den absoluten willen hier das tor machen zu wollen ganz starke aktion hier noch mal der treffer aus einer anderen perspektive